Tag zusammen! Hier sind gerade am Aufwachen der Vicky und der alte Wikinger Phil. Hier in unserer gemütlichen Bude, so schick, Weihnachtsbaum und Kamin. Mensch ist das schön. Hat der Junior hübsch gebastelt, da muss ich mal sagen, hat er Händchen dafür. Und schon mal hier kurz aus Fenster gucken, Luki, Luki. Hier oben in der Ecke, da hat er auch ein Händchen dafür. Gucken wir später dazu. Mein Händchen ist ein bisschen anders. Das sieht so aus, ist noch nicht viel weiter. Aber gut, meine, rustikal, so muss es sein. So. Hier ist noch irgendwie, das haben wir noch, ja. So, jetzt will ich das hier noch irgendwie verbinden, zumachen und so weiter, aber da dröckelt immer der Stein weg. Lass mal schauen hier. Viel, viel besser. Kack auf der Maus. Das müsste auch halten, wenn ich den da antüdle. Der hängt doch da mit ran. Jetzt hier noch ein Stein. Was los? Alles zusammengebrochen? Fällt alles auseinander? Was? Ne. Lebt noch alles. Ja. Okay, was kriegst du so entsetzt? Und verstehe ich, der eine, der funktioniert, der andere aber nicht. Warum funktioniert der nicht? Ich weiß nur nicht, weil es nicht der andere ist. Das finde ich gerade sehr, sehr unsatisfying. Das ist richtig scheiße. Ja. Finde ich echt blöd. Ja, das ist echt schlimm. So. Ach, da ist so ein kleines Drecksding. Mhm. So. Geht das jetzt besser? Und was ich noch machen muss, ist, Leute, guck mal, wie die Sonne hier aufgeht, ey. Ist doch mal herrlich. Oh. Sehe ich ja jetzt erst. Unsere Feuer sind aus. Oh. Das ist nicht so toll. Ne, da findet uns ja keiner. Geil. Geil, 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 geil. Ah, toll. Voll. Nice. Also das finde ich ist wirklich sehr, sehr geil. Also von mir aus kannst du schon mal gucken, ob es noch nicht ganz fertig ist. Ja, dann mach es ganz fertig. Ne, ja, ja. Guck lieber erst, wenn es ganz fertig ist. Ich gucke lieber noch nicht. Dann ist die Überraschung viel besser. Was für eine Überraschung her. So, ja. Ja. Also das mit den Kohleteilen, das finde ich ist wirklich phänomenal. Also das ist wirklich... Ach ja. Da hat er sich was ausgedacht. Geil. Okay. So, und jetzt muss ich nur noch die Schmelzen machen. Gut. Leuchtet alles wieder. So gut. Also das leuchtet am Boden. Ja, das treibt mich auch. Da war gerade ein richtig dickes, rotes Teil. Ja, ja. Ich krieg nur mit dem Feuer nähen. Die Spiegelung. Ja, die Spiegelung sind sehr komisch. Auch egal. Die Türme wollen wir auch noch ersetzen. Und zwar durch sowas rundes Jahr. Ja. Weil rund ist gut. Ne. Also kann ich gleich sagen, fangst nicht in Valheim mit runden Sachen an. Das ist wie in Minecraft nicht ganz so schlimm. Also schlimmer als Minecraft geht's gar nicht. Aber es ist trotzdem nervig. So, wie krieg ich jetzt den Kram ja vernünftig hin, ihr bastelt, ey. Wie krieg ich das zu? Da haben wir noch eine Säule. Im Grunde genommen könnte ich jetzt so mir hier den Wagen schnappen und mal beiseite fahren. So, wie viele Steine haben wir noch? Da können wir noch ein bisschen. Ich überleg gerade, wie ich das machen soll. Weil mir fällt nichts ein. Dass ich das machen kann. Wie das gut aussehen wird. Hm. Damit ich das wüsste, ey. Oh, der geht daneben. Komm, sollst du noch einen hin? Nee, geht hier gar nicht. Dann muss der weg. Dann muss der weg. Dann muss der weg. Oh, nee. Ja. Okay. Und Umruf setzen. Dann werden wir noch das Holz ausladen. Dann brauchen wir noch ein bisschen Stein. Alles hin. Schnell eine Wagen. Schön. Darfst du Steingulen. Da gehst du nicht so ziemlich auf den Sack. Steingolem hier. Also ein Golem ist hier und Krachen sind hier und die Wölfe heulen. Gefährliches Land. Drausend ist sie rutschig. Schuss. ich hoffe der gullum kommt jetzt nicht hierher gedackelt die diesen trigger radius von denen erhöht also bei den monstern ist immer normal dass sie in richtung der spieler laufen ich hasse diesen nebel auf dem boden weil jetzt sehe ich nicht ich kann jetzt nicht auf dem boden bauen ich will da eigentlich eine steintrüppel bauen aber ich sehe die nicht richtig wenn jetzt noch wilfer kommen dann bin ich angekackt naja immer mach die steine dann muss ich nicht mehr eine hacke verpauchen ohja wilfer äh nee nee kein wolf mehr der golem hat er doch ein lieber der golem komm hau da nicht Ich werde jetzt immer hol die steine kaputt alles super hier oh wir sind ein super team aber ich mach den verdient auf den krachen weg alter ist der golem neben hier haben wir noch böse nehmen wir gleich mal mit so mein user ich hab dir die drachen kaputt gemacht hier jetzt mach du mir hier die steine kaputt komm schon mehr essen auch neues reh auch noch steine auch noch ein stein yes oh jetzt haben wir aber ganz schön heftig hier hier Nein, 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 nein. Nein, da nicht hin. Oh Irlan, Hallöchen. Ich habe gerade hier einen kleinen Tanz mit dem. Golem Und ich bastel gerade hier an der Genau, er bastelt an was Nettem Aber der Golem, der ist hier echt Braves Arbeitstier Kommst du durch den Führstein? Was? Kommst du durch den Führstein? Nur nur einen Stein Naja, der macht schon ein bisschen was platt Das schon Lass mal gucken Geht schon Der hol gut weit weg Ah, das hat er mich wieder erwischt Ne, ich bin vom Runterspringen gerucht Kommt hier Und nicht da hoch laufen Ich werde gejagt Oh, jetzt bin ich weg Ja, da solltest du mal lieber weglaufen Da wolltest du mal weglaufen Dein Freund Wo hilft dir dein Freund? Ja, ja Weiß ich gerade nicht Irgendwas hat er zersäbelt Ja, der ist mit Wölfen unterwegs Nix Ein Wölf tot Ne, doch nicht War nur Doch Oh, scheiße Vier Wölfe Nixer Wölf tot Aber Macht er alles hier vor unserer Hütte Ey, das ist nicht schön Okay Easy Oh, jetzt muss ich raus hier Okay, der hat die vier Wölfe weggemacht Das war schon geil Wolfsfleisch weg Kann man schon gucken Hey Kann man schon gucken Wie gucken Achso, nee, nein, nein, nein Ich muss, ähm Selber mal gucken Wir sehen ja alle nix hier Wieso, Kackwetter Oh, wird schön, oder? Mh Echt, ja, stimmt Dann kommen wir da raus Schön Ich spring da Hoch 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 Noch nix drauf setzen Auch noch Und Dann Auch noch Puh So, ich soll wieder was essen Nee, jetzt esse ich da nichts. Das ist okay. Ah. Nee, das ist... ...und dann wohl... ...so... ...und dann so... ...deid schon. Genau. Genau. Der ist da nicht verbunden. Der Hotel fällt trotzdem... ...ne, das Hotel verstehe ich nicht. ...und dann noch nicht... ...und dann... Pfff, muss ich ja bloß ja rüberkriegen, ja. Wä? Naja, stimmt, der ist ja 2 hoch. Wer kommt jetzt hier, ey? So, und wenn es hell ist, muss ich dir dann wieder abpassen. Die Stützstrukturen. Aua. Auf jeden Fall. Ab in die Koje. Wer ist denn nach Tagwechsel hier irgendwie schneller geworden? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Tim. Oh. Oh. Die Schale ist aus. Und Kohl ist ein Horn. Warum sagt das jemand? Oh. 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 Mann, ich habe keine Ahnung, wie ich die Schmelze machen soll. Dann kann ich gar nicht gucken kommen. Ja, nee, kannst du nicht. Ich wollte die Folge noch... Oh, ist das schön wieder. Die Folge noch gucken kommen. Nee, dann geht das leider nicht. Menno. Oh, mehr essen. Mir fällt halt nichts ein, wie ich das machen soll. Da fällt mir auch so nichts mehr ein. Also, Jarosch fällt mir dazu mehr ein. Hält. 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 Alter, da ist das. Easy. Keine Steine mehr. Doch, jetzt wieder. Wait. Hm. Mal. Ähm... Dann schauen wir mal, wenn wir jetzt hier durchgehen... ...wer uns erwartet. Oh Scheiße! Der hat uns die Truhen weggehauen, ja die Sau. Der Wolf ist immer noch da, ja. Da können wir froh sein, dass hier... Ist immer noch ein Wolf? Ey, das ist schön, wie die sich gegenseitig hier hassen, ey. Shit. Alter! Das hat nicht mehr funktioniert, der hat da was weggehauen. Dann verdamm ich noch mal. Können wir wieder ein Brett anbasteln. Komm her da! Oben ist dran! Zack! Geht er da auch noch? Alter, hier flattert irgendwo... ...noch ein Drache rum? Ne, alles nicht lustig hier. Da hinten. Da ist noch weit. Der hat für uns hier richtig geil Rabatz gemacht. Der Golem. Okay, cool. Ja, wenn ich generell so ein Assi wäre, könnte man den echt einstellen. Oh, immer haut da um. Okay, jetzt hat er auch ein Drachenplatt gemacht. Und jetzt geht er zum Glück wieder. Oh, Mann ey. Gucken, kann ich hier reparieren, wenn ich hier stehe? Reicht das noch? Oh, mein Hammer ist im Arsch. Nein! Der Spitzhack auch bald. Okay. Gehen wir mal reparieren. Ja, so langsam wird es hier... Was sind denn das hier für komische... Okay, ist schon vorbei. Das ist einfach aus dem Schnee, Junge. Ah. Weil du warst ja gerade dort. Da hab ich Schnee mitgezogen. Einer Stoff, ey. So, wieder schön repariert. Und Leute... Lass uns mal da noch hoch gehen. Weil entwirkt jetzt nichts mehr... Der Junior, das... Werden wir dann vielleicht in der nächsten Folge sehen. Aber hier haben wir schon unser... Okay, ja. Also das ist schon ein geiles Steingebild. Muss man schon mal sagen. Wenn man so reinkommt und dann so den Gang entlang hier... Hat was. Da muss man noch ein bisschen springen, damit man die Treppe hochkommt. Irgendmal so. Also... Hier mit der Sonne und Drum und Dran... Sagen jetzt einfach der... Junge Phil. Und ich der alte Phil. Die Wikinger. Ciao, ciao. Lass uns doch oben da gerne Kommentare. Und unbedingt ein Abo, wenn wir uns sehr drüber freuen. Also, ciao, ciao. Tschüss. die